hallo freunde willkommen zu einem neuen video vielleicht habt ihr den thumbnail gesehen oder den titel gelesen ich habe die billigste gucci-tache aus china bestellt also ich habe für diesen gucci-tache nur 20 euro gezahlt die haben einfach eine kleinere tüte genommen statt eine große und passiert sowas natürlich an sich zieht das ganze voll in ordnung also dafür habe ich 20 euro ausgegeben ganz ehrlich lohnt sich also 20 euro für so eine tasche pass das war es auch mit dem short ciao